Aus Äthiopien ist er vorne. Ja, jetzt muss er sich natürlich noch denken. So, jetzt hat unsere Technik ein bisschen Pech gehabt. Mikro ist ausgefallen. Aber zum Zweiten haben wir es hier. Valentin Pfeil ist der zweite Mann hier. Leberlach geteilt mit einer Zeit von 1.04.30 und Valentin Pfeil 1.04.50. Das sind die Zeiten für die ersten zwei. Wie gesagt, das ist immer so. Wenn das Mikro ausfällt, dann ist das immer dann, wenn der Zieleinlauf ist. Aber wir haben ihn Gott sei Dank zuvor schon gefeiert.